Herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview, bei dem wir über das Thema Supply-Chain-Optimierung mit Simulation sprechen. Gerade in der heutigen Zeit, die von Ereignissen geprägt ist, wie etwa den Auswirkungen der Pandemie, der hohen Inflation oder dem Krieg in der Ukraine, ist es wichtiger denn je, die Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten. Wir sprechen darüber, wie Potenziale in der Supply-Chain aufgedeckt und genutzt werden können, um zukünftigen Erfolg zu gewährleisten. Und wer könnte uns besser darüber informieren als Arbeits- und Chemner? Ein Unternehmen mit 30 Jahren Erfahrung im Bereich Supply-Chain-Management. Unser Gast ist die Marketing- und Vertriebsleiterin Silvia Frankenne. Frau Frankenne, gerade in den letzten Jahren wurden Unternehmen vor so große und auch neue Herausforderungen gestellt. Können Sie uns erklären, warum es gerade so wichtig ist, die Supply-Chain zu verbessern? Ja, natürlich. Die uns allen bekannten großen Veränderungen der letzten Jahre haben die Supply-Chains direkt betroffen. In vielen Unternehmen ist die Supply-Chain quasi aus den Fugen geraten. Und das gesamtheitliche Konzept der Supply-Chain, wir nennen es im Übrigen das logistische Geschäftsmodell, ist nicht mehr richtig eingestellt. Gut, ich verstehe. Und warum sind die Berater von Arbeits- und Chemner die Richtigen, um das, wie Sie es nennen, logistische Geschäftsmodell nun wieder ins Lot zu bringen? Also eines unserer bedeutendsten Instrumente für unsere Beratung ist das Konzept des digitalen Zwillings. Das bedeutet, dass wir das gesamte logistische Geschäftsmodell in einem digitalen Format duplizieren, um dann zu simulieren und zu optimieren, ohne in den laufenden Betrieb einzugreifen. Das heißt, das operative System bleibt dabei unberührt. Und mit unserer hochentwickelten Simulationssoftware können wir verschiedene Szenarien durchspielen, Änderungen testen und diese später in der Realität, also im operativen System, umsetzen. Das Konzept des digitalen Zwillings hört sich sehr spannend an. Können Sie das vielleicht noch ein bisschen mehr ins Detail erläutern, vielleicht auch mit Beispielen? Der digitale Zwilling ist eine Kopie des logistischen Geschäftsmodells in einer virtuellen Umgebung, würde ich sagen, die der Simulation dient. Wir übernehmen dazu Daten aus den ERP-Systemen der Unternehmen. Und da werden dann nicht nur Prozessabläufe abgebildet, sondern auch Kennzahlen und Parameter ermittelt. Das wiederum erlaubt uns, potenzielle Änderungen in Was-wäre-wenn-Szenarien zu testen, um die Optimierungspotenziale zu erkennen. Das heißt, was wäre, wenn wir hier eine Änderung vornehmen oder was wäre, wenn wir Bestände reduzieren? Was wäre, wenn wir Prozessabläufe beschleunigen? Und genau diese Art der Simulation ist unser Alleinstellungsmerkmal. Und wir nennen es die Optimierung des logistischen Geschäftsmodells per digitalem Zwilling. Wir schaffen damit eine datenbasierte Transparenz, verbessern Entscheidungsgrundlagen, schalten das Risiko von Fehlentscheidungen aus und beschleunigen somit die Entscheidung. Also gerade die Kombination zwischen Technologie und Expertise hört sich unglaublich spannend an. Auch nochmal wieder in die Praxis gefragt. Wie können denn Unternehmen ganz explizit von diesen Ansätzen profitieren? Aus den zuvor durchgespielten Szenarien leiten wir Handlungsempfehlungen und Maßnahmen ab und wählen das Optimum in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden aus und setzen das wiederum in die Realität, also in das laufende System um. Mit Hilfe des digitalen Zwillings ist somit eine deutliche Verbesserung der Supply Chain möglich, deren datenbasierte Ergebnisse zu großen Effizienzsteigerungen führen können. Sie haben gerade von Verbesserungseffekten gesprochen für die Supply Chain. Haben Sie da vielleicht ein paar Beispiele für uns? Oh ja, eine optimierte Supply Chain liefert eine Vielzahl von positiven Ergebnissen. Das kann zum Beispiel Bestandsreduzierung sein, kürzere Lieferzeiten oder Kostenreduktion bei der Lagerhaltung oder auch Materialbeschaffung, eine bessere Produktverfügbarkeit oder eine effizientere Produktionsplanung. Und all das führt natürlich letztlich zu einer viel höheren Kundenzufriedenheit. Sehr, sehr spannend. Also ich finde, es hört sich sehr effizienzsteigernd an und Sie haben wirklich sehr viel Expertise, die Sie mitbringen. Und ja, es war sehr interessant, heute das Interview mit Ihnen zu führen und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.